Musik Hallo, die Message! Wir sind jetzt gerade in Bremen und wir gucken uns heute schön War From Harless Mouth an Jakob wird vorher erstmal die schöne Stadt Bremen gezeigt, beispielsweise die Sögelstraße die sich dort hinten befindet und dort gibt es so schöne Schweinchen Wie viele Bassisten hat denn War From Harless Mouth? Wie viele? Das darf ich nicht sagen Ist das schön hier! Das ist wunderschön in Bremen Es ist wunderschön! Gerade in der Nachweihnachtszeit, wenn keine nervigen Leute durch die Stadt rennen, alle Städte sollten so leer sein zu jeder Zeit Jetzt gehen wir zu den Bremer Stadtmusikanten Das ist Haché Haché und Schokolade Bier und Schokolade Ja, ist das schön Soll ich mich auf den Haaren draufstecken? Ja Ja Ist das schön wie beim WFARM Konzert Musikalische Beilage Danke Yeah Jakob Schönes Ding Oh ist das schön, schön dunkel Richtig schön Schön dunkel Das ist auch schön Das ist schön hier Und jetzt warten wir auf das WFARM Konzert Leckermiese Mosche Für 11,50 Euro Hier gehen wir nicht hin Beim Schaffruchtteil gibt es erstmal gute Musik Und Jakob wir trinken erstmal ein Bier Es ist auch schon dunkel hier alles Es ist doch einfach nicht scharf das ganze Was ist mit diesem Handy los? Hier wird erstmal versucht mein Rick nachzubauen Ja gar nicht Das ist der Pauli wieder Achtung Licht Hahaha Was machst du jetzt gerade Jakob? Guck ob Simon ordentlich arbeitet Was Paule und Simon Macht er seinen Job auch gut? Bis jetzt kann ich das nicht beurteilen Machst du deinen Job auch richtig Simon? Nein Ich glaube nicht Na Jakob Das leuchtet schön Das Leben ist wie ein Tunnel Jeder hat seinen kleinen Tunnel Am Ende des Tunnels gibt es gar nichts Es gibt gar nichts mehr Und bei uns ist zu nichts gut Zu gar nichts Ich will nicht mehr irgendein Ausweis oder Schau bei dieser Maschine sein Ich will bei einem Tod nicht das Gefühl haben denselben Wille zu leben So haben wir die Millionen Idioten die diesen Planeten bevölkern Es ist einfach ein scheiß Gefühl dass auch noch das letzte Angst auch dasselbe gelebt hat wie ich Achtung! 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 Lass uns nicht nur abgeführt, das ist ein Dreck zum Eintritt, das ist ein Dreck zum Eintritt, das ist ein Dreck zum Eintritt, das ist ein Dreck zum Eintritt. Heiko, komm nach vorne! Wir hauen ab, die Taloten sind fertig. Jetzt sind sie fertig, Jakob, die sind fertig? Jetzt kann man nach Hause gehen. So, auf vorne liegt. So, renn! Warte mal, ich sehe dich gar nicht. Sag doch mal kurz, wer du bist. Ich bin Söran, hallo. Und hab hier auch Musik gemacht und so und alles. Hallo. Na? Im Sitzkreis mit Bongos. Was? Ja, genau. Hab so, irgendwie so was, so ein Kram gemacht. So was lautes halt. Wir müssen uns weiterreden lassen, bis Ende vom Video. Bis Ende vom Video? Ich soll jetzt noch so lange reden, bis euer Video zu Ende ist? Bis auf dein iPhone nichts mehr drauf ist? Bist du mich... Ich hab gar kein iPhone. Tschüss! Tschüss Söran! Tschüss! 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 Tschüss!